Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu den Abendnach... Bitte entschuldigen Sie diese technische Störung, wir schalten gleich live rüber zu Bernd Butterreich mit einer Eilmeldung. Vielen Dank Günther, wie wir soeben aus gut informierten Kreisen erfahren haben, hat sich ein gewisser Carsten B. auf YouTube auf die Marke von über 600 Abonnenten hervor gearbeitet. Das scheint für den jungen Mann doch ein gewisser Erfolg zu sein und er hat soeben angekündigt, ein weiteres Special auf den Markt zu bringen, welches er die Tage veröffentlichen möchte. Dazu gratulieren wir ihm natürlich von dieser Seite aus ganz herzlich und geben somit zurück ins Studio. Das wird sicherlich eine Sensation, ich freue mich darauf und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Musik